So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Vorlesung über Programmieren. Heute werden wir uns über Ausdrücke, über Anweisungen Gedanken machen und über Kontrollstrukturen. Wie Sie das kennen, zu Beginn der Vorlesung erstmal der Literaturhinweis. In unserem Anfängerbuch über Programmieren, im Abschnitt 4.5 finden Sie die Dinge, die wir auch heute besprechen, nochmal etwas anders erklärt, aber inhaltlich genau gleich in dem Buch. Wenn wir ein Programm schreiben, Sie erinnern sich, wir hatten unser Hello World Programm, wir hatten mal ganz einfach gesagt damals, naja, das wird halt von oben nach unten ausgeführt und heute werden wir im Prinzip das noch ein bisschen genauer kennenlernen. Zum einen, was passiert eigentlich, wenn so zeilenweise ein Programm abgearbeitet wird und dann werden wir auch kennenlernen, wie kann man es steuern, dass es nicht immer nur strikt einmal von oben nach unten durchläuft, sondern unter Umständen auch andere Formen des Durchlaufens gibt, wie Verzweigungen oder Sprünge und das werden wir heute kennenlernen. Wichtig sind an der Stelle jetzt erstmal zwei Bestandteile von Programmen. Einmal Ausdrücke, das sehen Sie im Prinzip, haben Sie ja schon kennengelernt, wenn wir so eine Zuweisung hatten, dann ist hier auf der einen Seite so ein Ausdruck. Ein Ausdruck kann auch das Argument von der Methode sein, das kennen einige noch nicht, weil wir es noch nicht hatten, aber die, die schon ein bisschen programmierend kennen, für die ist das ein Hinweis hier, dass es auch als Parameter auftauchen kann und, das werden auch, wie gesagt, wir erst in der nächsten Vorlesung richtig dran haben, Ausdrücke tauchen auch bei einem Return-Wert auf. Die, die das jetzt noch nicht kennen, Methoden und Return, nicht schlimm, kommt in der nächsten Vorlesung dran. Wichtig ist, so ein mathematischer Ausdruck hat auch immer einen Typ, Typen haben wir schon kennengelernt, Integer, String und so weiter und hier sehen wir mal ein paar Beispiele. Beispiel so was hier, Klammer auf, 3.0 plus Y, Klammer zu, mal 4.0, das ist ein Ausdruck und er hat den Typ Double. Warum hat er den Typ Double? Weil hier mit Zahlen gerechnet wird, 3.0, 4.0, das sind Gleitkommazahlen, dann wird standardmäßig von Java angenommen, okay, das Ganze hat auch wohl den Typ Double, also Doppelgenauigkeit. Wir wissen nicht genau, welcher Typ Y hat, das haben wir jetzt hier nicht spezifiziert. Wenn Y vom Typ Double auch ist, dann ist es ganz stressfrei, wenn Typ, weil dann passt alles beieinander, dann ist alles vom Typ Double. Wenn Y vom Typ Float wäre, also eine einfache Gleitkommazahl, dann würde Java auch nicht meckern, dann wird das automatisch konvertiert und sogar, wenn Y eine Ganzzahl ist, also ein Integer vom Typ, dann würde es auch gehen. Darunter haben wir einen neuen Ausdruck und zwar New und dann Vektor. Dieses New ist schon permanent aufgetaucht, wir werden das auch in der späteren Vorlesung noch ausführlicher besprechen. Dieses New sagt im Wesentlichen, jetzt wird ein Objekt erzeugt von der Instanz der Klasse Vektor2D. Was das hier hinten ist, wollen Sie auch erstmal nicht stören. Und wie gesagt, sowas mit New, wenn also ein neues Objekt erzeugt wird von einer Klasse, das ist auch ein Ausdruck. Und hier haben wir auch nochmal einen Ausdruck, x gleich gleich 2. Dieses gleich gleich ist nochmal so ein bisschen in Erinnerung an die letzte Vorlesung, war der Gleichheitsoperator, nicht der Zuweisungsoperator. Hier vergleichen wir die linke und die rechte Seite und wie das bei Java ist, bei Vergleichen kommt letzten Endes immer ein boolischer Wert raus, also war oder falsch. Ist der Vergleich wahr oder ist der Vergleich falsch? Und jetzt hat man so eine Sprachregelung, dass man sagt, wenn ein Ausdruck den Typ boolean hat, wie das da, dann nennt man das auch eine Bedingung. Und die Bedingungen werden uns nachher noch bei den Kontrollflussanweisungen weiter auftauchen. Ein bisschen mehr systematisch, wie setzt sich so ein Ausdruck zusammen? Wir haben das in den Beispielen schon gesehen, das können ja geschachtelte Dinge sein. Letzten Endes braucht man dazu erstmal entweder Variablen, das war in unserem Beispiel zum Beispiel das x gewesen, oder wir brauchen Konstanten, das war die 3.0, die 4.0. Und mit diesen Variablen und Konstanten kann ich jetzt was machen, ich kann nämlich Operatoren dazwischen schalten. Operatoren, das sollten Sie sich mal ganz entspannt zurücklehnen, hatten wir schon, war in der letzten Vorlesung dran. Das waren eben so Sachen wie Plus, Minus, die unnäheren Operatoren, die binären Operatoren, die verschiedenen Shift-Operatoren und so weiter. Und die hatten wir ja schon in der letzten Vorlesung kennengelernt. Die waren, Sie erinnern sich, immer nur auch für bestimmte Typen definiert. So ein Links-Shift-Rechts-Shift-Operator geht nicht auf Gleitkommazahlen, aber eben auf Ganzzahlen. Und das kann man dann hier einsetzen. Dann kann man also sagen, ich habe hier solch einen binären Operator und dann Ausdruck 1, Ausdruck 2 zusammen ist dann auch wieder, also mit dem binären Operator dazwischen, auch wieder ein Ausdruck. Das hatten wir auch in unserem Beispiel vorher, da hatten wir, wenn ich gerade nochmal zurückspringe, hier 3.0 plus y. 3.0 ist eine Konstante, y ist eine Variable und dazwischen ist der binäre Operator plus. Also ist dann so ein Beispiel hier, dass das zusammen auch wieder ein Ausdruck ist. Dann kann ein Ausdruck auch ein Funktionsaufruf sein, der dann selber wieder als Parameter Ausdrücke hat. Das werden wir, wie gesagt, auch im Späteren nochmal kennenlernen. Und ein unnäherer Operator, also ein Plus oder Minus alleine vor einer Zahl, ist auch dann wieder mit der Zahl zusammen oder mit der Variable ein Ausdruck. Oder eben das New, wie wir das eben kennengelernt haben, mit einer Klasse dahinter, was dann ein Objekt davon erzeugt, das ist auch wieder ein Ausdruck dann. Und das war es auch schon, mehr Arten gibt es nicht. In Java gibt es noch so drei Zusatzoperatoren, die man letzten Endes nicht daraus herleiten kann, deswegen stehen die nochmal so zusätzlich hier. Das eine ist InstanceOf, das ist dieser Fragezeichenoperator und dann den Typ in Klammern. Das ist alles ein bisschen komplizierter und die, die jetzt mal anfangen, die sind ganz glückliche Programmierer, wenn sie das erstmal noch nicht verwenden können. Aber wie gesagt, am Ende der Vorlesungshalt sollten sie es kennen. InstanceOf, das prüft, ob ein Objekt, was hier steht, eine Instanz einer Klasse ist, die hier steht. Das sehen wir hier in dem Beispiel. P, InstanceOfVector, hat den Typ Boolean. InstanceOf hat immer den Typ Boolean als Ergebnis. Und es prüft, ist P ein Objekt von dem Typ der Klasse Vector2D. Also ist P eine Instanz von Vector2D, schnell gesprochen. Wozu wir das sehr häufig brauchen werden, noch diesen InstanceOf-Operator, wird in einer viel späteren Vorlesung nochmal bei Typsystemen auftauchen. An der Stelle sollten Sie nur wissen, das ist möglich, dass man in Java sowas abfragt. Und dieses InstanceOf ist fest eingebaut in die Programmiersprache. Dann gibt es diesen Fragezeichenoperator, der hat so einen erhöhten Coolness-Faktor, weil damit schafft man es ganz schnell, Programme zu schreiben, die man so leicht nicht mehr versteht. Das ist irgendwie blöd, weil ich habe Ihnen ja gesagt, Sie programmieren nicht für den Computer, sondern für den nächsten Menschen. Aber wenn man mal so richtig, auch so für das Selbstwertgefühl sagen will, jetzt habe ich was hingeschrieben, was nicht so leicht verständlich ist, bin ich stolz auf mich. Da nehmen Sie den Fragezeichenoperator. Wozu braucht man den? Zum einen, man braucht ihn gar nicht so oft, wie man denkt, weil das, was das Fragezeichen macht, wenn Sie gleich in ein paar Minuten auch als If-Anweisung kennenlernen, dann ist es viel lesbarer. Aber manchmal will man halt eine Fallunterscheidung in einen Ausdruck gleich reinkodieren, weil der Ausdruck wieder Teil einer anderen Sache ist, von einem Parameter. Und Sie waren nicht bereit, das If, was Sie nachher kennenlernen, dafür zu spendieren. Und dann nimmt man hier diesen Fragezeichenoperator und das funktioniert wie folgt. Vor dem Fragezeichen steht eine Bedingung, also ein Wohlschau-Ausdruck, etwas, was wahr oder falsch werden kann. Hier x gleich gleich 3. Und dann heißt es, wenn das Ganze wahr ist, dann wird der Ausdruck hier vor dem Doppelpunkt genommen. Hier die Konstante 5. Und wenn nein, wird der Ausdruck hier hinterher ausgeführt, x plus 2. In dem Fall ist das Gesamtergebnis vom Typ int, aber das ist natürlich beim Fragezeichenoperator immer abhängig, was hier hinten an Ausdrücken steht. Also die 5 oder die x plus 2. Wenn jetzt hier hinten zum Beispiel 5.0 stehen würde und hier x plus 2,0, dann würde das ganze Ergebnis double sein. Ja, weil dann steht halt hier Kleidkommazahlen. Aber jetzt hier, wo zwei Integer-Zahlen hier stehen vor dem Doppelpunkt und hinter dem Doppelpunkt, dann ist das Ganze vom Typ int. Im Prinzip gilt die Regel, Sie müssen selber dafür sorgen, dass das, was vor dem Doppelpunkt steht, also hier die 5 und das x plus 2 dahinter, dass das denselben Typ hat. Für die Profis ist es nicht ganz schlimm, wenn es manchmal abweicht. Java versucht automatisch dann was hinzukonvertieren, was Sinn macht. Also wenn Sie zum Beispiel hier eine 5.0 schreiben, dann rafft er das, dass das hier auch in eine Kleidkommazahl konvertiert werden muss. So, dritte Sache, die auch noch zu den Ausdrücken gehört ist, Sie können einen Typ in Klammern schreiben. Das ist eigentlich auch wieder ein Kapitel für sich, was auch nochmal später in der Vorlesung drankommt. Hier sei jetzt erstmal so viel verraten. Das ist eine sogenannte explizite Typumwandlung. Sie sagen dem Compiler, das, was jetzt hier hinterkommt, die 2,4, bitte konvertieren wir das in eine Integerzahl. Was passiert ist, also das Punkt 4, das geht verloren und nachher hat das Ganze den Wert 2 und der Typ Integer. Das ist der Typ Integer, das ist trivial, das habe ich ja gerade gesagt. Ich möchte es in einen Integer konvertiert haben. Und dann kann man eben sowas hinschreiben. Da können Sie jetzt einen beliebigen Typ hinschreiben. Das ist dann eine explizite Typumwandlung. Wie gesagt, häufig macht es Java auch von alleine. Wir werden in der späteren Vorlesung auch kennenlernen, wann konvertiert Java selber Typ Typen. Das sind dann sogenannte implizite Typumwandlungen oder im englischen Typecasts. Hier, das ist aber dann von Hand hingeschrieben, deswegen heißt es explizite Typumwandlung. So, das sind Ausdrücke. Die andere große Kategorie von Dingen, die in Java-Programmen auftauchen können, sind Anweisungen. Anweisungen veranlassen eine Zustandsänderung. Es wird zum Beispiel eine Zuweisung gemacht. Das haben Sie schon gesehen in unseren Beispielen, die wir vorher hatten. Es wird ein Wert zugewiesen, das ist eine Zustandsänderung. Und Anweisungen haben erstmal keinen Typ. Ausnahmen, so werden wir nachher diskutieren. Das heißt, eine Anweisung passiert. Es ändert den Zustand im Programm. Zustand im Programm ändern heißt, die Variablenbelegungen werden geändert. Es gibt in mindestens einer Variable einen neuen Wert. Das ist eine Zustandsänderung im Programm. Und das war's. Es wird also nicht irgendwas ausgegeben, was dann noch einen Typ hätte oder sowas. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ausdrücke haben immer einen Typ. Das hatten wir eben besprochen. Der ergibt sich eben durch die Auswertung des Ausdrucks. Das Ergebnis hat halt einen Typ davon. Und Anweisungen haben wir halt keinen Typ, aber dafür veranlassen sie eine Zustandsänderung. In Java gibt es eine ganze Reihe von Anweisungen. Fangen wir gleich erstmal mit dem nicht eingeklammerten Teil an, nämlich mit einer Zuweisung. Das kennen Sie nämlich. Das hatten wir schon in den Zuweisungsoperator, wo gesagt wird hier, die Variable x soll den Wert haben, der in der Variable y gespeichert ist. y wird nicht geändert, aber natürlich x. x hat nämlich jetzt den Wert von y. Dann Methodenaufrufe, wie gesagt, das werden wir nachher nochmal später genauer kennenlernen. Hier wird eine Methode p aufgerufen mit den Parametern x und 1. Und wenn jetzt das Ganze keinen Rückgabetyp hat, also hier auch kein Ergebnis zurückkommt bei dieser Methode, dann ist das auch eine Anweisung. Diejenigen, die noch nicht programmieren können, keine Angst, kriegen wir alles nachher nochmal im Detail. Dann Blockanweisungen, das ist das, diesen geschweiften Klammern, die uns schon ein paar Mal auch begegnet sind, wenn so eine Reihe von Anweisungen kommen, immer schön brav mit einem Silikolon beendet. Das ist dann auch wieder zusammen eine Anweisung. Dann dieses Return von einem Ausdruck oder ein Return ohne Ausdruck ist auch eine Anweisung, auch wieder hier, kommt noch in der späteren Vorlesung. So, und das ist also erstmal, wie man quasi Anweisungen konstruieren kann in Java. Zum Beispiel dieses System-Out-Britline, Hello World, was wir in unserer ersten Vorlesung hatten, das war eine Anweisung. Es hat selber kein Ergebnis in dem Sinne, aber es ändert den Zustand, in dem Falle, dass es Hello World ausgibt. So, hier haben wir mal beide Konzepte gegenübergestellt, Ausdrücke und Anweisungen. Einen Unterschied hatten wir schon eben diskutiert. Der Ausdruck hat immer einen Typ bei seiner Evaluation, die Anweisung nicht. Dann haben die unterschiedliche Zwecke. Ein Ausdruck berechnet, was evaluiert etwas, Variablen, Konstanten, Operatoren werden ausgewertet. Eine Anweisung ist eher, dass etwas gemacht wird, dass man sagt, mach etwas. Der Effekt eines Ausdrucks ist, dass er einen Wert liefert, nämlich das Ergebnis der Auswertung des Ausdrucks. Eine Anweisung ändert einen Zustand und wie ich sagte, Zustandsänderung ist beim Programm im Wesentlichen Änderung von Variablenwerten. Jetzt können Sie sagen, naja, Moment, System-Out-Britline ändert ja gar keine Variablenwerte. System-Out-Britline gibt was da aus, dass es auch in dem Sinne eine Zustandsänderung auch in keiner Variablen geändert wird. Einen kleinen Unterschied gibt es auch noch, den wir bisher noch nicht betont hatten. Und zwar am Ende von einem Ausdruck steht gar nichts. Der Ausdruck steht alleine in dem Sinne da. Während bei einer Anweisung wird das Ende immer in Java mit einem Semikolon angegeben. Das kommt für die, die es von C, C++ können. Da gibt es ja einige hier im Prinzip aus genau dieser Geschichte heraus. In C hat man auch gesagt, immer am Ende von einer Anweisung steht ein Semikolon. Da gab es früher endlose Debatten, weil in einer anderen Linie von Programmiersprachen, wie in Pascal, das Semikolon als Trenner zwischen Anweisungen genutzt würde. Und bei den letzten Anweisungen brauchen wir ja keinen Trenner mehr, sondern nur zwischen zweien. Da gibt es also wie gesagt zwei Familien von Programmiersprachen, die, die das Semikolon immer nur als Trennung verwenden. Das ist Pascal, Modular und diese Linie. Und da gibt es das mit dem Semikolon am Ende. Das ist halt die Linie C, C++, Java. Das war aber jetzt nur gerade für die, die es schon können. Für die anderen ist es auch vollkommen egal. So, ein Ausdruck ist immer Teil einer Anweisung. Da würden Sie sagen, warum denn? Eben liefen ja auch ein paar Ausdrücke so rum. Ja, so einen mathematischen Ausdruck, den wir als Beispiel hatten, der stand ja alleine da. Ja, das geht aber nicht in einem Java-Programm. Und warum nicht? Das Ergebnis dieses Ausdrucks, mit dem muss ja irgendwas gemacht werden. Ich kann nicht den Ausdruck im Prinzip evaluieren und dann das Ergebnis wegwerfen. Das wäre ja Quatsch. Das würde ich auch im Prinzip nie wollen. Dann würde ich ja im Prinzip eine Berechnung machen und das Ergebnis nachher nicht nutzen können. Also habe ich immer irgendwo einen Ausdruck eingebaut in eine Anweisung, damit eben mit dem Ergebnis des Ausdrucks auch was gemacht wird. Und wenn es auch nur eine Zuweisung ist, dass ich halt sage, x plus 3 und davor steht dann zum Beispiel x gleich. Und dann weiß ich, es wird dem x der Wert von x plus 3 zugewiesen. Dann haben wir diesen Ausdruck x plus 3. Geht halt nicht verloren, sondern es wird in der Zuweisung benutzt. Genau, wie gesagt, Methoden kommen später. In Java gibt es auch jetzt, und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, sogenannte Expression Statements. Das sind Anweisungen, die aber auch ein Ausdruck sein können. Und das ist jetzt in dem Sinne ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir eben hatten. Das ist im Prinzip eine Anweisung, die auch ein Ergebnis hat, genau wie ein Ausdruck und damit auch einen Typ hat. Das wird gemacht, um das Programmieren manchmal etwas leichter und einfacher zu machen. Hier verwirrt es jetzt gerade, aber deswegen erkläre ich es nochmal besonders. Dieses plus plus hatten wir schon kennengelernt, den Post-Inkrement-Operator, der den Wert von i um 1 erhöht. Und das ist zum einen, wenn man hier i plus plus sieht mit Kolon, steht eine Anweisung, i wird um 1 erhöht, fertig. Aber i plus plus selber hat nämlich auch einen Wert, den es zurückliefert. Nämlich den Wert von i selber. Und dieser Wert von i wird dann im Prinzip zurückgeliefert. Das heißt, ich könnte das i plus plus auch in einen umgebenden Ausdruck noch einbauen. Wie zum Beispiel hier in dem Beispiel, x ist gleich y plus und dann in Klammern i plus plus. Was passiert hier? Hier bekommt x den Wert zugewiesen von y und den Wert von i. Und danach, wenn diese Addition und diese Sache ausgeführt wird, wird auch noch i um 1 erhöht. Wenn ich in der Summe hier den um 1 erhöhten Wert von i gerne hätte, dann hätte ich plus plus i schreiben müssen. Das war genau der Unterschied vom letzten Mal zwischen Post-Fix und Präfix-Operator. Wie gesagt, das hier alleine ist beides eine Anweisung und ein Ausdruck. In dem Falle hier, weil das Ergebnis nicht weiter genutzt wird von dem i plus plus, ist es im Prinzip eine Anweisung. Das Ergebnis fällt weg. Hier wird das Ergebnis genutzt von i plus plus in einem Ausdruck und in der Form spielt hier i plus plus auch die Rolle von einem Ausdruck. Dann der andere Fall in Java ist der, dass die Zuweisung, die wir eben als Anweisung kennengelernt haben, selber auch ein Ergebnis hat, nämlich das des zugewiesenen Wertes. Auch das ist so eine Twitter-Funktion. Das einfache gleich spielt eben die Rolle hier von einer ganz normalen Anweisung. x bekommt den Wert von y. Hier ist es aber so, Sie sehen, hier wird es gleich zweimal verwendet. y bekommt den Wert von z und das Ganze hat dann den Wert von z und der wird dann auch nochmal x zugewiesen. Auch hier wieder sehen Sie die doppelte Natur von diesem einfachen Gleichheitszeichen. einmal hier als Anweisung und hier als Anweisung und Ausdruck, weil das Ganze dann hier wieder als Ausdruck agiert. Verwirbt ein bisschen, aber machen Sie sich keine Sorgen, mit ein bisschen mehr Programmiererfahrung werden Sie das auch den Vorteil dieser Doppelnaturen kennenlernen, weil Sie einfach Ihre Programme schneller und einfacher hinschreiben können. So, jetzt machen wir wieder so eine Socrative-Aufgabe. Die, die heute zum ersten Mal sowas erleben, also Sie gehen bitte mit Ihrem mobilen Endgerät oder auch Ihrem Rechner ins Internet und rufen die Webseite msocrative.com auf, die, die einen Desktop-Rechner haben, können das m auf Deutsch www ersetzen und locken Sie sich dann bitte mit dem Wort PROC 1516 hier an. So, genau, jetzt ist Ihre Aufgabe. So, und zwar sehen Sie hier die Aufgabe. Wir haben die folgenden vier Fragen. Bei welchem Java-Fragment handelt es sich hier um eine Anweisung? Das ist einmal P gleich New Vektor 2D, Klammer auf, Klammer zu, Punkt Shift, Klammer auf, 1.0,2,0, Klammer zu, Semikolon, dann int, pu, x, Semikolon, x gleich y gleich z, Semikolon, i++ in Klammern und nochmal plus plus, Semikolon. Und jetzt gibt es im Prinzip vier Lösungsmöglichkeiten, die Sie abstimmen können. Also Sie sollen bitte A, B, C oder D abstimmen jetzt in Sokrativ. Und zwar A bedeutet, ja, 1 und 2 und 3 sind Anweisungen, das ist keine Anweisung. B würde bedeuten, das da, erstens und drittens ist eine Anweisung. C heißt, alle vier sind Anweisungen und D ist alles bis auf das Zweite. Also das wäre keine Anweisung. Und jetzt schauen wir mal an, wie das verläuft, das Sokrativ. So, gehen wir nochmal kurz ins Quiz rein. Ja, sehr viele haben jetzt hier schon geantwortet. Sie sehen an dem Farbcode natürlich auch schon möglicherweise, was die richtige Antwort ist, nämlich ein B. Das ist natürlich die spannende Frage, warum ist ein B korrekt? Und deswegen gehen wir nochmal gerade in die Folien und besprechen das. So, also B war korrekt hier. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist B korrekt? B besagt ja 1 und 3, das hier ist ein Ausdruck und das ist ein Ausdruck. Jetzt ist es vielleicht erst mal leichter, die Antwort damit zu begründen, indem wir erklären, warum 2 und 4 keine Ausdrücke sind. Gucken wir uns mal 2 an. Was passiert hier bei 2? Es wird eine Methode foo aufgerufen mit einem Parameter x und das Ergebnis von foo wird in einen Integer konvertiert. Das hatten Sie ja eben gelernt. Methodenaufrufe sind im Prinzip Teile auch von Anweisungen. Also erst mal sieht es hier ganz harmlos aus, wenn man denkt, ja das ist eine Anweisung. Das Problem ist dieses Cast in Int. Das hier würde dann jetzt erfordern, dass das Ergebnis auch tatsächlich irgendwas zugewiesen wird. Und die können durchaus in Java eine Methode aufrufen, ohne dass das Ergebnis der Methode genutzt wird. Dann dürften Sie aber nicht diesen Konvertierungsoperator noch hier hinschreiben. Aber das macht das Ganze tatsächlich zu einem Ausdruck und das alleine würde auch der Compiler so nicht akzeptieren. Er würde sagen, was willst du denn damit machen? Das musst du noch in einem weiteren Ausdruck oder in einer Anweisung dann finalerweise einbinden. Also man könnte zum Beispiel hinschreiben Y gleich Int Fu X, dann wäre das okay. Oder Sie können hinschreiben Fu von X, da wird Fu aufgerufen mit dem Parameter X und das Ergebnis einfach, falls es eins gibt, falls es nicht wollt, ist einfach nicht genutzt werden. Aber so wie es hier steht, ist es tatsächlich keine Anweisung. Das untere, I++ und das Ganze in Klammern auch wieder plus plus, könnte man ja auch im ersten Augenblick sogar geneigt sein zu sagen, ja ich ahne ja so ungefähr, was damit gemeint ist. Also I soll hier um eins erhöht werden und danach nochmal, also soll ja I um zwei erhöht werden. Klingt plausibel, die Klammer suggeriert vielleicht auch noch, dass das irgendwie gehen würde, geht aber nicht. Und warum geht es nicht? I++, also der++-Operator ist nur auf Variablen anwendbar. I++ ist aber ein Ausdruck, keine Variable. Und das++ braucht quasi einen Speicherplatz, wo es das Ergebnis wieder reinspeichern kann. Und I++ selber ist aber eben ein Ausdruck und hat einen Wert. Da ist kein Speicherplatz, wo nochmal was reingeschrieben werden kann. Und deswegen geht es nicht. Also 4 ist auch kein Ausdruck. Keine Anweisung. Aber, und das ist der entscheidende Punkt hier, die beiden sind es tatsächlich. Sie können tatsächlich in Java auch sowas angeben, wo Sie mit New ein neues Objekt erzeugen und dann auch gleich hier Shift aufrufen und dann das Ergebnis P zuweisen. Ja, das geht alles. Genauso wie auch hier, den Wert von Z dem Y zuweisen, das Ganze hat auch wieder einen Wert, nämlich den Wert von Z und das dann dem X zuweisen, das geht auch. So, weil es so schön war und Sie gerade noch in Sokrativ auch drin sind, machen wir gleich noch ein Ergänzungsquiz. Und zwar sehen Sie sich mal diese zwei Programme an, die wir hier haben. Hier beim linken Programm werden drei Integer-Variablen definiert, definiert x, y, z, z bekommt den Wert 42 und jetzt geben Sie einmal aus die Kaskade hier von x gleich y gleich z, dann geben Sie aus x gleich gleich z, also das Ergebnis von diesem Vergleich hier, dann wird x auf den Wert 42 wieder gesetzt und dann wird der Vergleich ausgegeben von x und z. Das andere Programm sieht eigentlich ziemlich ähnlicher aus und das ist gerade auch der Trick, das Trickreiche dabei, was Sie jetzt auch lernen sollen. Hier steht aber jetzt nicht klein Integer, sondern hier werden drei Klassen, also im Prinzip erstmal Integer nach der Klasse Integer angelegt und dann wird tatsächlich auch hier ein neues Integer-Objekt z zugewiesen, ein neues Objekt wird erzeugt, das hat den Wert 42, genauso hier wird auch ein Objekt erzeugt für x, das hat auch den Wert 42 und dann mache ich auch wieder diese Ausgaben hier. Also ich mache hier Zuweisungen, ich mache hier dann Vergleiche und jetzt ist auch wieder die spannende Frage, was geben diese Programme aus? A, die erste Ausgabe beider Programme lautet true, B, die erste Ausgabe beider Programme lautet 42, C, die zweite Ausgabe, also immer das zweite System Print lautet true und D ist die dritte Ausgabe beider Programme lautet true, also das hier. So, und hier wieder das Gleiche, ich starte jetzt wieder das Socrative und dann können Sie das überlegen und ich lege auch gleich nochmal die Aufgabe auf. So, dann können wir mal schauen wir nochmal in unser Socrative rein. Na, wo ist es hin? Klasse. Wie ist es Socrative? Das ist wahrscheinlich das Ergebnis gerade wieder weg. Gut, das Socrative scheint zu hängen, aber entscheidend ist ja auch die Auflösung, die ich Ihnen gerade gebe und zwar, so schauen wir uns das an, also korrekt ist B und C, ja, B und C, das ist stimmt. Die beiden Aussagen, schauen wir uns mal an, warum ist das so, aber schauen wir mal, was die Programme machen. Also, was wird hier ausgegeben? Naja, ausgegeben wird hier das Ergebnis des Ausdrucks x gleich y gleich z. Hatten wir ja eben auch schon mal ein Beispiel, was macht dieser Ausdruck? z hat den Wert 42, der Wert 42 wird also in y reingeschrieben und das Ergebnis von diesem Ausdruck x gleich z ist selber wieder 42, nämlich das Ergebnis, was hier reingeschrieben wird und das wird also x zugewiesen. So, und das Ergebnis von dieser Zuweisung hier, von diesem Gleichheitszeichen, ist halt auch wieder die 42 und damit wird bei dem System Printline 42 ausgegeben. Hier wird jetzt verglichen, ist x gleich z. Und das haben wir ja eigentlich dafür gesorgt, dass das der Fall ist. Da steht die 42e drin, die haben wir da reingeschrieben. Hier steht die 42 drin über diese Zuweisungskaskade, also wird hier true ausgegeben. Bei dem Programm, jetzt wird x auch nochmal der Wert 42 zugewiesen, hätte man gar nicht brauchen, weil der hat schon den Wert 42, aber hier wird also auch true ausgegeben, in der untersten Zeile hier, weil natürlich x auch gleich z ist. Das hat sich auch dadurch jetzt nicht geändert. x war ja schon vorher auch 42. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt vielleicht das Interessantere. Hier haben wir es ja nicht mit Variablen, eingebauten Variablen zu tun, sondern mit Objekten. x ist ein Objekt des Typs Integer oder von der Klasse Integer und darin wird der Wert 42 gespeichert. Wenn ich jetzt hier System Out Printline mache, dieses Ausdrucks hier, was passiert hier? Hier werden nicht einfach Werte kopiert, wie wir das hier erlebt haben, sondern hier werden Objektreferenzen kopiert. Sie erinnern sich an das Ende der letzten Vorlesung, wo wir, ich Ihnen auch klar gemacht habe, im Speicher steht in einer Speicherzelle immer im Prinzip ein Wert einer Variable, vereinfacht gesagt, aber wir konnten auch Referenzen haben. Und das war genau dann der Fall, wenn wir Objekte hatten, wenn wir ein Objekt haben, wie zum Beispiel hier Z, da steht in der Speicherzelle Z nicht der Wert 42, sondern in Z, in der Variable Z letzten Endes, steht die Speicheradresse, wo im Speicher das Objekt sich hier befindet und dann an der Speicheradresse, wo das Objekt sich befindet. Da ist dann auch mal ein Attribut vom Wert 42. Das heißt also, was hier passiert ist, was grundsätzlich anderes als hier. Hier bekommt einfach die Speicherzelle, die durch Z bezeichnet wird, den Wert 42. Hier bekommt die Speicherzelle, die durch Z bezeichnet wird, selber einen Wert einer Adresse, einer Adresse zugewiesen und nämlich die Adresse, wo das New ein Integer Objekt angelegt hat und da an dieser Adresse steht dann irgendwann auch mal die 42 gespeichert. Deswegen, was hier passiert in den Zuweisungskaskaden ist, dass nicht der Wert 42 kopiert wird, sondern es wird die Speicheradresse kopiert, die nämlich in Z drinsteht, die hier von dem New zurückgegeben wurde und diese Speicheradresse, dieses neuen Objektes, die wird hier kopiert und ich kann nachher dieses neue Objekt nicht nur über Z ansprechen, sondern auch über X und Y. Jetzt der Nächsten und damit ist das Ergebnis hier eigentlich, wenn man so will, eine Speicheradresse. Die gibt Java aber nicht aus, weil Java will auch gar nicht, dass sie an Speicheradressen rumfummeln, das ist anders wie CC++, deswegen braucht man auch als CC++ Programmierer so ein bisschen höhere sittliche Reife als als ein Java Programmierer, weil Java lässt sich viele Dinge gar nicht machen, die sie mit CC++ halt machen könnten, dreckigerweise. Aber wie gesagt, hier wird also nicht die Speicheradresse ausgegeben, auch wo das logisch wäre, weil in dieser Zuweisung ist immer über Speicheradressen gesprochen werden, sondern es wird schon die 42 ausgegeben, also der Inhalt von dem Objekt. Das hat sich aber Java halt selber so gedacht, dass man das so macht, dass man eben keine Speicheradressen ausgibt, sondern eben dann doch irgendeinen sinnvollen Wert, der hinter dem Objekt steht. Und das ist halt in dem Falle halt die 42. Hier in der nächsten Zeile, x gleich gleich z, wird wieder verglichen, hat die Variable x denselben Wert wie z, aber diesmal steht ja bei x und z nicht die 42 drin, sondern die Speicheradresse, wo das Objekt mit der 42 liegt. Aber diese Speicheradresse ist ja exakt dieselbe, weil das wurde natürlich hier ja in der Zuweisung gemacht. Also wird auch hier true ausgegeben. Insofern geben also beide Programme bis hierhin dasselbe aus, nämlich 42 und true. Aber, und jetzt kommt's, jetzt erzeuge ich bei x ein neues Objekt. Das heißt, der Wert von x wird überschrieben durch eine neue Speicheradresse, an dem ein neues Integer-Objekt liegt, nämlich das, was hier mit dieser Zeile erzeugt wird. Jetzt können Sie sagen, Moment mal, da oben habe ich ja auch schon New Integer 42 gemacht, das ist doch dasselbe. Nein, das ist nicht. Sie rufen zweimal New auf und New wird Ihnen immer wieder ein neues Objekt geben. Es sei denn, der Speicher ist irgendwann mal ratzfatz voll und dann, klar, dann passieren ganz schlimme Sachen. Da reden wir jetzt heute aber nicht drüber. Der entscheidende Punkt ist, Sie kriegen hier also auch wieder ein Objekt zurück, aber das ist ein anderes Objekt, an einer anderen Speicheradresse und damit steht natürlich hier die Speicheradresse von diesem Objekt. In x steht jetzt die Speicheradresse von diesem Objekt und das ist eine andere Speicheradresse, weil es auch ein anderes Objekt ist und deswegen wird hier false ausgegeben, weil der Vergleich auf diese beiden Speicheradressen ergibt, das sind unterschiedliche Speicheradressen, dass hinter der Speicheradresse jedes Mal ein anderes Objekt liegt, was aber jedes Mal denselben Wert 42 hat, das wird durch dieses gleich nicht abgeprüft. Hier wird einfach nur geguckt, ob der Wert in der Variablen stimmt. Hier waren das Integer Variablen, hier war es zweimal 42 drin, also kam true raus. Hier stehen Speicheradressen drin, weil das nämlich Objekte sind, vom Typ Integer und das sind zwei verschiedene Objekte, weil die an zwei verschiedenen Speicheradressen liegen, dass die nachher den selben Attributwert 42 haben, interessiert einfach nicht und deswegen kommt hier false raus. Dadurch ist die Aussage D falsch, deswegen war das keine korrekte Antwort, weil die Ausgabe der beiden Programme eben nicht true lautet, sondern nur von dem ist es true, da ist es false. Ja und warum ist die erste Aussage A auch falsch? Naja, ich habe ja hier keinen Vergleich gemacht, ich habe ja eine Zuweisung gemacht und das Ergebnis von der Zuweisung ist nur dann ein boolscher Wert, wenn auch die Zuweisungen selber boolsch waren, das waren sie aber nicht, wir hatten ja Integer hier beziehungsweise Integer Objekte hier gehabt, insofern kann da also nichts true oder false rauskommen, weil es einfach nicht den Typ Boolean hatte. So, für diejenigen, die schon programmieren können, war das vielleicht nochmal eine kleine nette Gehirnübung, der ein oder andere hat was gelernt, diejenigen, die von Ihnen jetzt noch nicht programmiert haben, für die mag das jetzt ein bisschen verwirrend sein und an der Stelle halt nur die wichtige Botschaft, es macht halt einen Unterschied, ob Sie einen eingebauten Datentyp verwenden oder Objekte, Sie können zum Teil dieselben Operatoren nutzen, aber diese Operatoren bedeuten halt was anderes, ob ich für Integerzahlen arbeite oder für Objekte arbeite und das hatten wir ja auch schon in der letzten Vorlesung über Operatoren besprochen, manche Operatoren sind eben für verschiedene Typen definiert und bedeuten dann, also ergeben dann hier auch unterschiedliche Ergebnisse deswegen. So, dann machen wir jetzt weiter mit den Kontrollflussanweisungen. Kontrollflussanweisungen sind diese Anweisungen, die im Prinzip regeln, in welcher Reihenfolge werden die verschiedenen Anweisungen ausgeführt im Programm. Bei der ersten Vorlesung hatte ich Ihnen gesagt, naja, das passiert von oben bis nach unten, das war auch insofern richtig, als dass man bei dieser Main-Routine einsteigt und dann eben zahlenweise von oben durchgeht, aber dieser sogenannte Fluss der Anweisungen kann geändert werden, das muss nicht immer starr von oben nach unten laufen und man kann auch ganz klar sagen, wenn das immer so wäre, dass der nur immer von oben nach unten durchläuft, dann könnten Sie bei weitem nicht so viele Probleme lösen mit dem Computer, wie Sie heute lösen können. Also es ist schon echt notwendig, diese Kontrollflussanweisungen zu machen, das macht es echt mächtiger, das ist also jetzt nicht nur irgendeine Convenience. Da, also noch gerade zum Begriff Kontrollfluss, dieses Ausführen von oben nach unten legt ja im Prinzip die Reihenfolge der Anweisungen fest, wie sie ausgeführt werden und wenn man diese Anweisungen jetzt ändert, dann muss man sagen, die Kontrolle läuft jetzt nicht von oben nach unten, sondern da gibt es zum Beispiel mal eine Wiederholung, das ist also eine Schleife oder es gibt eine Verzweigung, dass entweder nur die oder die ausgeführt werden und das ist genau der Kontrollfluss. Also der Gang, welches Statement wird jetzt genommen für die nächste Ausführung, das muss eben nicht immer von oben nach unten sein, sondern das folgt dem Kontrollfluss und der, wie wir gleich sehen werden, kann halt ein bisschen komplexer sein. So, das sind schon alle Kontrollflussanweisungen, die es in Java gibt, die sind auch fest eingebaut. Diejenigen, die schon programmieren können, da haben Sie recht, da werden Sie wahrscheinlich hier nicht allzu viel Neues erleben, wir werden aber noch ein paar Stilfragen behandeln, damit es nicht ganz so langweilig ist und für die, die zum Programmieren anfangen, würde ich sagen, ja, aufgepasst, das ist ziemlich elementar, was wir jetzt besprechen. So, if ist die Fallunterscheidung. Das kennen Sie vielleicht schon in der Mathematik, wenn dann eine große, geschweifte Klammer aufgeht und dann sagt man, der Ausdruck, wenn, was weiß ich, x-positiv oder der Ausdruck, da drunter in der Zeile, sonst, sowas kennen Sie vielleicht in der Mathematik, Fallunterscheidung. Und das ist im Prinzip natürlich etwas, was man beim Programmieren auch können möchte und hier sagt man halt, if eine Bedingung, Sie erinnern sich, eine Bedingung ist ein boolscher Ausdruck, ein Ausdruck, den man evaluieren kann auf True oder False und wenn es True ist, also wenn die Bedingung gilt, dann wird diese Reihe von Anweisungen, eine oder mehrere eben ausgeführt. Es gibt noch eine zweite Variante, das ist if else. Wenn also diese Bedingung hier wahr ist, wird dieser Block von Anweisungen ausgeführt. Wenn die Bedingung falsch ist, dann wird stattdessen dieser Block von Anweisungen ausgeführt. Schauen wir uns das mal in einem einfachen Beispiel an. Wir wollen das Maximum von zwei Zahlen berechnen. Wir haben hier eine Integerzahl A, eine Variable A, die den Wert 3 hat. Wir haben eine Variable B vom Typ Integer, die den Wert 2 zugewiesen bekommt und jetzt wollen wir das Maximum berechnen. Und das Ergebnis steht also nachher in einer Variable Max. Die bekommt erstmal den Wert 0 und dann machen wir eine Fallunterscheidung und sagen, wenn A größer gleich B ist, dann soll Max den Wert von A bekommen. Wenn else, wenn das also nicht der Fall ist, sprich also A echt kleiner ist als B, dann ist das größere Wert also offenbar B und dann soll das eben in das Maximum reinkommen. Gebe ich zu, nicht wirklich Rocket Signs, alles klar, aber es zeigt Ihnen eben, wie ein if eingesetzt wird. Ja, if, ein boolischer Ausdruck, dann zwei Anweisungen, Sie könnten auch mehrere hier in diesen geschweiften Klammern haben und dann wird entweder die oder eben im else-Fall, wenn das als negativ evaluiert wird, das ausgeführt. Ja, grafisch kann man sich das auch so vorstellen, Sie sehen jetzt hier im Prinzip die kleinen Kontrollflussgrafen unseres Miniprogramms, Sie fangen oben bei Start an, dann gibt es eine Verzweigung, je nachdem, ob dieser Ausdruck wahr oder falsch ist, ob A größer gleich B gilt und dann wird eben diese Anweisung ausgeführt, man ist fertig oder die. Ja, und so sehen Sie, dann ist man jetzt hier im Code an der Stelle und dann wird Max A dieser Teil ausgeführt, wenn die Variablen so belegt sind, wie wir sie auch belegt haben, mit 3 und 2. Ja, weil natürlich die 3 ist größer als die 2. Wenn ich jetzt die Variablen andersrum belege, B ist 3, A ist 2, dann würde diese Evaluation negativ ausgewertet, weil A mit 2 echt kleiner ist als B, was den Wert 3 hat und dann würde dieser Zweig ausgeführt. So, jetzt kann man das Ganze auch noch schön schachteln und jetzt wird das Ganze schon ein bisschen spannender und zwar, Sie ahnen das, im Praktumaten rechnen wir irgendwie Ihre Noten auch aus aufgrund der Ergebnisse und sowas könnte man im Code ungefähr so machen. Man sagt also, jemand hat 50 Punkte erreicht, jetzt wollen wir die Note, auf Englisch great, festlegen festlegen und jetzt können wir sagen, also wenn er mehr als 87 Punkte hat, bekommt er die Note 1, wenn er immerhin noch mehr als 75 hat, Note 2 und das ist klar, weil das hier in dem else ist, ist das schon mal der Teil, wenn das nicht wahr ist. Also wenn ich wirklich vom Wertebereich dazwischen liege, also bei 86 bis 75 und mit der Logik genauso weiter, wenn auch das falsch ist, dann gehe ich in das else rein, evaluiere diesen if-Teil hier, dann ist, also if Points, wo ich sage, 63, dann gibt es eine 3, wenn das falsch ist, dann gehe ich hieran, prüfe nach, ob ich über einen 50, wenn ich eine 4 und wenn das alles nicht wahr ist, dann gibt es eine 5 und man ist durchgefallen. Clever ist es natürlich hierbei, die häufig auftretenden Fälle auch zuerst behandeln. Wir gehen natürlich davon aus, die kriegen eh fast alle der 1, also haben wir das auch als erstes mal hingeschrieben. Warum ist das clever? weil dann dieser ganze Teil nicht mehr ausgeführt werden muss. Da wird sie keine Rechenzeit kosten. Wenn das erste if true ist, ist logischerweise dieses else wird nie ausgeführt und wenn dieses else nicht ausgeführt wird, werden auch diese ganzen if-Abfragen nicht ausgeführt. Und das ist wichtig, dass Sie das verstanden haben. Wenn Sie diese Kaskadierung haben von verschachtelten ifs, ist es immer so, dass letzten Endes, wenn die erste Bedingung schon wahr ist, alles danach nicht ausgeführt wird. Das heißt, Sie können also Fälle, wo zum Beispiel zwei Dinge wahr sein könnten, zwei ifs wahr sein könnten, sollten Sie nie kaskadieren. Hier bei den Noten ist es eindeutig, es ist vollkommen klar, Sie haben eine Note in einer bestimmten Punktzahl und dieser Punktzahl ist eindeutig eine Note zuordnenbar. Es kann nicht sein, dass Sie mit derselben Punktzahl zwei Noten bekommen können. Und deswegen kann man das hier so machen, mit kaskadierenden Ls, aber wie gesagt, das liegt nur daran, weil immer klar ist, es kann eigentlich immer nur ein Fall auch wirklich rauskommen. Das heißt, und achten Sie bitte auch auf die Reihenfolge, hier, wie Sie sowas hinschreiben. Im Kontrollfluss dargestellt, hier nochmal unser Graph. Sie sehen das hier, es ist eben nicht ganz symmetrisch, wenn das erste true wahr ist, dann wird create1 gesetzt und man ist fertig. Beim false wird erst dann das nächste if evaluiert, sonst wird das gar nicht evaluiert. Bei true bin ich auch wieder fertig, bei false wird das nächste if evaluiert, bei true bin ich wieder fertig, bei false wird das nächste if evaluiert. Wenn das false ist, gehe ich halt in diesen letzten Ls-Zweig rein. So, und jetzt eng verwandt damit und gerne verwechselt ist die Switch-Anweisung. Die Switch-Anweisung ist im Prinzip auch eine Art Verzweigung in mehrere Fälle und das funktioniert so, man hat Switch und dann eine Variable, welche Variable-Typen hier gehen, den besprechen wir nachher. Und dann unterscheidet man einfach verschiedene Fälle. Zum Beispiel, wenn das Kommando new war, dann wird eine neue Datei erzeugt, wenn es open war, wird eine Datei geöffnet, wenn das Kommando save war, wird save file gemacht, wenn es quit war, wird exit-Programm gemacht. Jetzt gibt es hier noch etwas, was heißt default, das heißt, wenn alles das nicht wahr ist, also alle diese Case-Sachen nicht zutreffen, das Kommando irgendwas anders war, dann wird halt ausgegeben, unbekanntes Kommando. Was Ihnen jetzt hier auffällt ist, hinter jeder Anweisung steht auch immer dieses break. Break bedeutet an dem Falle hier, geh raus aus dem ganzen logischen Block hier, das heißt break auch immer, oder das heißt, geh also hier hin und mach hier unten weiter. Das ist ein bisschen nervig, aber es ist tatsächlich bei der Switch-Anweisung so gedacht bei Java, man kann das durchaus kritisieren, dass man sagt, um zu sagen, also wenn new gemacht ist, dann ist mit create new file schon alles erledigt, du brauchst dann nicht mehr weiter hier reingehen, muss man tatsächlich dieses break schreiben. Wir werden nachher mal ein Beispiel sehen, wo man dieses break auch mal weglässt absichtlich, aber es ist ganz selten eigentlich, dass es gut ist, das wegzulassen. Es ist etwas nervig, dass man gezwungen ist, immer dieses break dahin zu schreiben, aber wenn man das nicht schreiben würde, würde automatisch auch der nächste Fall ausgeführt mit. Erst mal verallgemeinert. Allgemein sieht es so aus, wir haben einen Switch und einen Ausdruck und dann werden die Werte abgefragt und dann mit Anweisung danach angegeben und jede Anweisung sollte einen Break dahinter haben. Der Ausdruck hier muss evaluieren auf char, bytes, short oder int, das ist das, was auch relativ schnell einleuchtet, dass also im Prinzip hier am besten Zahlenwerte stehen, aber seit Java 7 können Sie auch Aufzählungstypen, also enums angeben, das war unser Command eben, also hätte man so machen können, oder auch sogar Zeichenketten, die müssen dann über 1 stimmen hier. Die Werte hier, die da stehen, das müssen wirklich Werte sein, das heißt, da dürfen Sie keinen Ausdruck hinschreiben, keine Variable, die noch evaluiert werden muss. Das liegt daran, weil der Compiler, während er das Programm übersetzt, schon statisch berechnen will, wo springt man hin und die Sprungadresse ausrechnen muss und deswegen kann hier nichts stehen, was noch ausgewertet werden muss, weil das der Compiler so compile-zeitlich kann. Ein Case-Wert legt immer den Einstiegspunkt fest, und wenn dann der Wert wahr ist, dann sind Sie ab hier im Case drin und arbeiten alle Anweisungen zum Ende ab. Wenn man das nicht will, braucht man dahinter eben diese Break-Anweisungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nehmen Sie jetzt erstmal das, wenn Sie noch nicht programmieren können, hin. Im Standard schreiben Sie immer nach jeder Anweisung, die Sie ausgeführt haben wollten, oder nach den Anweisungen, die Sie ausgeführt haben wollten, im Case ein Break am Ende. Jetzt kommt das Beispiel, wo man sieht, dass man das auch manchmal weglassen kann und das ist auch insofern kürzer macht, die Programme. Und zwar ist das jetzt hier ein Codeschnipsel, der soll uns umrechnen für einen beliebigen Monat im Jahr, die Monate von 1 bis 12 durchnummeriert, wie viele Tage hat dieser Monat. Und Sie wissen ja, Januar hat 31, Februar nehmen wir mal an, das ist kein Schaltjahr, 28, März wieder 31 und so weiter. Und hier haben Sie im Prinzip stehen, für den Monat, also 1 steht für Januar, 2 für Februar, 3 für März und so weiter bis Dezember und dahinter steht dann einfach die Zuweisung, wie viele Tage gibt es hier. So kann man das hinschreiben und ich glaube, man versteht die Intention relativ genau, weil man kann sich im Geist durchgehen, aha, Januar 31, Februar 28, März 31 und so weiter. Okay, dann Dezember wieder 31. Und das ist genau das, was passiert. Also wenn man durch diesen Block durch ist, hat man abhängig davon, welchen Monat man angegeben hatte, in Days den Wert drinstehen, wie viele Tage dieser Monat hat. Man kann funktional äquivalent dasselbe auch hinschreiben wie diesen Code-Schnipsel auf der anderen Seite. Und man sagt also, ich mache einen Switch auf den Monat. Wenn ich im Februar bin, dann habe ich 28 Tage, dann mache ich einen Break, bin also draußen. Wenn ich vier im vierten Monat bin, im sechsten oder im neunten, also mit anderen Worten, im April, im Juni oder im September oder auch im November, dann sage ich Days gleich 30 und bin dann draußen. Und wenn das alles nicht wahr ist, sprich ich in einem Monat bin, der weder der zweite, der vierte, der sechste, der neunte oder der elfte war, dann bin ich offenbar in einem, die 31 Tage haben und weise jetzt hier 31 zu. Hier sehen Sie, was passiert, wenn Sie keinen Break hinschreiben. Case 4, besteht keine Anweisung, hier könnten aber sogar Anweisungen stehen, die werden dann auch ausgeführt. Und dann wird automatisch das ausgeführt, was bei dem nächsten Fall steht. Das wird aber nicht mehr überprüft, ist dieser Fall wahr? Das heißt, auch wenn ich in Case 4 reingehe, wird hier Case 11, Days gleich 30 ausgeführt. Oder auch in Case 6. Das wird das ausgeführt, was hier steht, ist jetzt gerade nichts. Das wird hier ausgeführt, was wird auch gerade nichts. Hier, das wird ausgeführt, aha, Days gleich 30. Jetzt kann man sagen, cool, endlich mal eine Anwendung, wo ich keinen Break brauche. Ja, endlich verstehe ich, warum man dieses dusselige Break wirklich hinschreiben muss und das nicht fest eingebaut in der Programmiersprache ist. Aber, wenn hier einer einen Fehler macht, man muss zwei Schleifen länger drüber nachdenken im Hirn, bis man diesen Fehler gefuttert im Vergleich zu hier. Ja, das ist länger hier, aber es ist natürlich nicht schneller in der Ausführung. Es ist aber im Prinzip leichter verständlich und auch hier wieder bloß den Code kompakt zu schreiben, ist nicht gleich ein Garant für Verständlichkeit. Natürlich ist es klar, überlange Programme sind schwerer zu verstehen als kürzere Programme, ist irgendwie klar, aber trotzdem ist es bloß, weil ich einen Ausdruck knapper hinschreibe, das nicht von vornherein lesbarer. Wer das nicht glaubt, der kann mal googeln unter dem Wort Obfuscated C-Contest. Er sollte ein bisschen C programmieren können, aber mit dem bisschen Java, was wir jetzt haben, kann er das auch lesen und lustig finden. Da werden Sie haufenweise C-Programme finden, die Sie wahrscheinlich so schnell gar nicht begreifen, was die machen. Die Idee von diesem Wettbewerb, deswegen heißt er Obfuscated C-Contest. Da sieht man halt Programme, wo man nichts versteht, aber das ist natürlich keine gut wartbare Software. Das ist also im Prinzip genauso, wie wenn man ein Auto bauen würde, wo man den Finger lenken muss. Das ist auch nicht so eine schlaue Entwurfsentscheidung. Hier sieht man mal, also was passiert eben, wenn man das Break weglässt. Es passiert sogar was Sinnvolles, aber wie gesagt, von der Wartbarkeit ist das gar nicht mal besser. Es gibt, jetzt für die Fortgeschrittenen unter Ihnen, wenn ich selber einen Übersetzer schreibe, im Übersetzerbau, tatsächlich Fälle, wo das wahnsinnig elegant ist, das Break wegzulassen. Wenn Sie, das ist auch die Motivation, weil die Leute, die natürlich Compiler schreiben, sind auch die, die die Programmiersprache entwickeln und die haben natürlich immer so Fälle im Hinterkopf. Der normale Entwickler, der die Programmiersprache auf Java verwisit, schreibt natürlich keinen Übersetzer, wo das natürlich zumindest mal bei den Informatikern immer so ein geheimer Traum ist, in seinem Leben einmal eine Programmiersprache definiert zu haben. Aber wie gesagt, der normale Programmierer schreibt natürlich meistens immer das Switch-Statements, wo man das Break braucht. 99,99999% dieser Switch-Anweisungen dieser Welt brauchen das Break und Ihre wahrscheinlich auch. Und diese drei, vier esoterischen Fälle, wo es echt elegant ist, das braucht man halt meistens so sein, wenn man einen Übersetzer schreibt, aber das ist halt nicht so oft der Fall. Das Schlimme ist noch beim Übersetzerbau, wenn heute einer wirklich einen Übersetzer schreibt, der übernimmt natürlich einen Generator. Das heißt, große Teile vom Übersetzer lässt er sich generieren und schreibt ihn natürlich nicht von Hand. Insofern also auch der Spaß, den man hat, einen Switch hinzuschreiben ohne Break, ist dann auch schon etwas kleiner, weil dieser Code, wo es wirklich mal Sinn macht, dass ein Switch keinen Break hat an allen Stellen, der wird auch noch generiert. Da habe ich noch nicht mal hingeschrieben. Also insofern, für Sie immer schön ein Break. Jetzt ist es so, die Welt wäre noch echt schön beim Programmieren, wenn ich keine Schleifen hätte, weil dann wäre klar, ich kann für jedes Programm prüfen, ob es anständig aufhört oder ob es irgendwie Quatsch macht, aber es kann nicht sein, dass das Programm sich aufhängt und aufhängen heißt, in einer Endlosschleife hängen bleibt. Weil ich keine Schleifen habe, gibt es immer nur lineare Durchläufe, vielleicht mit Verzweigungen, aber es kann halt nicht sein, dass das Programm sich aufhängt. Aber das reicht nicht. Es gibt viele mathematische Probleme oder auch Sachverhalte in der realen Welt, die eine Bearbeitung in Schleifen erfordern. Und mit den Schleifen kommt aber das ganze Übel, das werden Sie mal später in einer der Theorievorlesungen kennenlernen, die sogenannte Nichtentscheidbarkeit oder das Halteproblem. Das Problem, dass man beprüft, ob ein Programm nach endlicher Zeit hält, ist nicht entscheidbar. Das heißt, es gibt kein Computerprogramm, was für ein anderes prüft, ob es nach endlicher Zeit hält. Und das passiert nur dann, wenn ich Programme habe mit sogenannten Weilschleifen und die werden wir jetzt auch kennen. Das war übrigens angeblich auch schon Leuten wie Zuse und wie Turing klar, dass dadurch, also bei Turing auf alle Fälle, bei Zuse vermutet man es auch, dass ja klar war, dass dadurch genau diese Möglichkeit man eigentlich nicht mehr nachprüfen kann, ob das Programm tatsächlich eine Endlosschleife hält oder nicht, außer es ausführen zu lassen und einfach zu warten. Und das ist klar, dann warten Sie auf Ihr Programm und Sie wissen nicht, kommt in der nächsten Sekunde das Ergebnis, also hält es, oder muss ich halt noch länger warten, also Sie können es auch im Prinzip selber nicht richtig prüfen. Aber wie gesagt, dazu mehr in der theoretischen Informatik. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie programmiert man das in Java. Und die Weilschleife funktioniert so, ich habe ein neues Wort in Java, weil, und danach gibt es eine Bedingung und ich führe Dinge aus. So, gucken wir uns das mal an. Und ich möchte am Beispiel jetzt mal berechnen, die Summe der Zahlen von A hochgezählt bis B alle aufsummiert. Die, die ein bisschen in Analysis aufgepasst haben, wissen natürlich, das kann man mit einem Schlag, mit Gauss-Formel erschlagen. Sie können natürlich mit der Gauss-Formel über die Summation mit einem Schlag berechnen, was ist die Summe der Zahlen von 0 bis A und dann können Sie das abziehen von der Summe der Zahlen 0 bis B und dann haben Sie auch das Ergebnis in einem Ausdruck, Sie brauchen also gar nicht die Weilschleife. Ja, gut, stimmt, klar, aber sind ja nicht alle so schlau wie Gauss und wir programmieren das jetzt mal hier mit Weil. Also, das ist im Prinzip die Kindergartenlösung, eben ohne Gauss, wobei man sagt, also Gauss hat das im Alter von fünf Jahren rausgefunden, also insofern hat das auch im Kindergarten gemerkt. So, also wir haben hier die Variable A ist gleich 8, B ist gleich 11 haben hier eine Variable I, die initialisieren wir mal mit A, sagen das Ergebnis, die Summe ist erst mal 0 und jetzt fangen wir an zu addieren und es ist klar, wir müssen jetzt die Zahlen durchgehen und immer weiter aufaddieren, von A bis nach B und wir prüfen ab, dass tatsächlich dieses I nicht größer wird als B und solange das der Fall ist, führen wir diese Anweisungen aus. So, wir gucken uns das jetzt mal an, das Wort Iteration bedeutet, in welchem Schleifendurchlauf bin ich. So, jetzt gehen wir hier hin, wir initialisieren, jetzt unsere Variable I und die Variable Summe, wir haben noch gar keine Iteration ausgeführt, deswegen hier so einen Punkt und dann hat 8 und 0 als Wert, jetzt gehe ich in die Weilschleife rein, ich prüfe, ist I kleiner gleich B, das ist natürlich der Fall, B ist 11, I hat den Wert 8, das ist also der Fall, ich gehe rein in die Schleife und führe jetzt diese Anweisung aus, die Summe soll das Ergebnis der Summe plus I sein, die Summe ist 0, I ist 8, also wird da 8 rauskommen und I wird um 1 erhöht. Ich hätte auch I plus plus schreiben können, ich hätte das I plus plus auch schon hier drin schreiben können, aber hier geht es ja erstmal um das Verständnis von der Schleife und nicht, wie bastle ich hier möglichst kompakte Ausdrücke. So, das ist jetzt der Fall, I wird um 1 erhöht, Summe hat den Wert 8. Dann gehe ich wieder in der nächsten Iteration, springe ich hier hoch, prüfe wieder diese Bedingung der Schleife, ist I kleiner gleich B, das ist natürlich immer noch der Fall, weil 9 immer noch kleiner, 11 ist, also gehe ich wieder rein in den Schleifenrumpf, nicht Schleifenrumpf, nicht Reifenschlumpf und da haben Sie dann 10 und 17, 17 ist die Summe von 9 und 8, aufaddiert hier, I wieder um 1 erhöht und man prüft wieder und tatsächlich, 11 ist natürlich immer noch kleiner, 10 ist immer noch kleiner als 11, Sie haben jetzt hier dann auch wieder diesen Rumpf, addieren die Sachen auf, haben hier die 27 und hier die 11 und jetzt bei 4 prüfen Sie das wieder ab, Sie gehen auch noch mal rein, weil 11 kleiner gleich 11 ja immer noch true ist als Ausdruck, addieren auf, haben jetzt I allerdings auf 12 gesetzt, hier 1 erhöht, Sie gehen in die Schleife wieder nach oben hin, Sie merken jetzt 12 kleiner gleich 11, das stimmt nicht und in dem Fall, wenn es nicht stimmt, die Schleife, dann gehen Sie auch nicht in den Rumpf rein, sondern setzen die Ausführungen hier nach der Schleife fort und das heißt, das Ergebnis in der Summe ist 38, was wir haben, wie gesagt, man hätte es auch ohne Schleife in einem mathematischen Ausdruck berechnen können, aber hier ging es ja darum, dass wir mal erklären, was die Schleife macht. Auch das kann man sich im Kontrollfluss anschauen und sehen Sie, jetzt taucht hier im Kontrollfluss tatsächlich dieser Rücksprung auf. Der Grund von allem Übel. Jetzt gibt es zwei Arten von Schleifen. Einmal das, was wir jetzt eben gesehen haben, die sogenannte While-Schleife, es gibt auch die Do-While-Schleife und man sieht grafisch eigentlich ganz gut, wie sie sich unterscheiden. Bei der While-Schleife wird zuerst die Bedingung abgeprüft und wenn die falsch ist, bringt man raus gleich und im Falle von True macht man den Rumpf. Bei der Do-While-Schleife werden erstmal die Anweisungen ausgeführt und dann nach Ausführung der Anweisungen geprüft, ist diese Bedingung wahr. Wenn ja, wenn sie wahr ist, dann springe ich wieder nach oben. Das ist beim ersten Schleifendurchlauf relevant, ob ich halt bevor ich in die Anweisungen reingehe, die Bedingung abprüfe oder erst danach, weil diese Anweisungen werden garantiert mindestens einmal ausgeführt. Danach ist klar, wenn ich hier einmal die Anweisungen ausgeführt habe, prüfe ich danach die Bedingungen. Das ist beim nächsten Durchlauf hier auch so. Wenn die Anweisungen durchgeführt werden, prüfe ich die Bedingungen. Aber nur beim ersten Durchlauf. Da unterscheidet sich es, weil bei der Weilschleife kann es sein, dass die Anweisungen im Rumpf nie durchlaufen werden, wenn nämlich die Bedingung von vornherein falsch ist. Wohingegen bei der Do-Weilschleife werden sie mindestens einmal durchlaufen und erst dann geprüft, ob ich nochmal weitermachen will. Ich sage, in weiteren Durchläufen, nachher ist es dasselbe. Wie sieht das Ganze noch syntaktisch aus? Die Weilschleife hatten wir kennengelernt, weil, dann die Bedingungen, dann die Anweisungen. Bei der Do-Schleife sagt man Do, dann kommen die Anweisungen, die im Schleifen rumfliegen, die auch garantiert einmal ausgeführt wird, dann kommt weil die Bedingung am Ende. Dann gibt es noch eine weitere Schleifenart, die Vorschleife. Ich werde nachher noch ein paar Bemerkungen dazu sagen, aber erst mal stelle ich Ihnen hier die Syntax vor. Die Vorschleife ist eine Schleife, wo man hier eine Initialisierung einbaut, dann eine Bedingung und dann sagt, was wird gemacht bei jedem Schritt und dann kommen die Anweisungen. Sie können in der Programmiersprache Java und dasselbe gilt auch für CC++ letzten Endes jede Weilschleife auch umbauen in eine Vorschleife und eine Vorschleife auch umbauen in eine Weilschleife und letzten Endes können Sie mit ein bisschen Manipulation der Abbruchbedingungen, damit eben dieser Fall beim ersten Durchlauf muss ich, also läuft es mindestens einmal durch, aber im Prinzip können Sie auch mit aller Gewalt die Weilschleife, den Du-Weilschleifen umwandeln und umgedreht. Manchmal müssen Sie dafür ein bisschen Code duplizieren, je nachdem und daran sieht man schon, es ist manchmal eleganter, eine Weilschleife zu nehmen, es ist manchmal eleganter, eine Du-Weilschleife zu nehmen, aber im Prinzip können Sie zwischen Vor und Weil immer hin und her konvertieren. Es sind nur zwei verschiedene syntaktische Notationen. Warum das so ist, dass man zwei Dinge hat, weil und vor, das erkläre ich Ihnen nachher. So, also, wie funktioniert es jetzt? Diese Initialisierungsanweisungen, die werden immer ausgeführt am Anfang der Schleife und vor dem Schleifendurchlauf wird geprüft, ob die Bedingung wahr ist, das ist bei der Weilschleife ja genauso, und Schritt ist eine Anweisung, die am Ende jeden Schleifendurchlauf ausgeführt wird, nach den Anweisungen und dann kommen die Anweisungen. Also schauen wir uns mal hier die Sache an, wieder unsere Aufsummation, A ist gleich 8, B ist gleich 11, die Summe als Ergebnis ist erstmal auf 0 gesetzt und jetzt initialisiere ich meine Laufvariable, heißt es dann, oder Schleifenvariable I mit dem Wert A. Ich habe meine Abbruchbedingungen, genau wie wir das bei dem Beispiel eben auch hatten, I kleiner gleich B und hier schreibe ich dann das auch mal keck hin, I++, ich erhöhe also I am Ende jeden Durchlaufs. Hatten wir eben nicht gehabt, da hat man I gleich I plus 1 gemacht, aber im Prinzip hatte ich Ihnen ja gesagt, kann man auch I++ schreiben. So, und mein Rumpf ist jetzt eigentlich nur noch diese Anweisung Summe ist gleich Summe plus I, mehr nicht und jetzt habe ich im Prinzip genau die gleiche Schleife hingeschrieben, wie die Weilschleife eben und warum ist das jetzt schöner? Naja, es hat sich einfach eingebürgert bei jemandem, der programmieren kann, dass er hier sehr schnell prägnant sieht, was passiert, weil er im Prinzip alle relevante Informationen zur Steuerung der Schleife hier oben in diesem sogenannten Schleifenkopf hat, dabei vor, er sieht, wie ist die Initialisierung, was ist die Abbruchbedingung, wie ist das Weiterschalten und dann hat der Rumpf wirklich nur noch das drin, was wirklich hier ausgeführt wird, aber die Kontrolle der Schleife ist komplett hier oben ersichtlich. Das ist im Prinzip nur eine Form, die syntaktisch schöner das darstellt, was ich eben mit der Weilschleife programmiert habe und man sieht es eben auf einen Blick und wenn man das eben hinbekommt und die meisten Schleifen sind so, dass man sie ganz bequem in dieses Format pressen kann, dann schreibe ich das halt so hin. In C kann man das noch munter weiter treiben, da können Sie mit Kommata mehrere Initialisierungen machen, Sie können auch mehrere Schrittanweisungen machen und wie gesagt, letzten Endes können Sie jede Weilschleife auch problemlos in der Vorschleife schreiben und umgedreht. Warum gibt es also diese zwei, also überhaupt diese zwei Konstrukte? Die Antwort ist zweierlei. Einmal, wie wir es gerade erläutert haben, es ist für den erfahrenen Programmierer schneller begreifbar, was passiert, weil er die relevanten Informationen zur Schleifensteuerung im Kopf gleich drin hat und das ist so ein Denkmuster, das wird sich bei Ihnen mit der Zeit ausprägen, wenn Sie programmieren lernen, dass Sie halt mit einer Vorschleife in der Regel etwas schneller begreifen, was passiert als bei der Weilschleife, wo das alles so ein bisschen mehr verstreuselt ist. Der zweite Grund ist aber eigentlich der, den man wirklich einmal verstanden haben muss, dass die Vorschleife eigentlich eine Weilschleife ist, es ist mal ein Denkfehler gewesen, der beim Design der Programmiersprache C passiert ist und sich dann leider fortgeschnitten hat über die ganzen Programmiersprachen C++ und jetzt in Java rein. Früher war das eigentlich was ganz anderes gewesen. Eine Vorschleife war eine Schleife, wo schon bevor man in den Schleifenrumpf reingegangen ist, klar war, wie häufig wird sie durchlaufen. Und das ist was anderes wie eine Weilschleife. In einer Weilschleife prüfen Sie eine Bedingung, Sie gehen dann rein, aber Sie haben keine Ahnung, wie oft Sie durch die Schleife laufen werden. Das können Sie im Vorfeld gar nicht evaluieren. In Java jetzt hier ist es tatsächlich so, Sie könnten das I, also diese Schleifenvariante, auch hier unten im Rumpf manipulieren, in C, C++ genauso. Und dadurch ist es eben nicht mehr klar, auch bei diesem Vornicht, wie häufig werden Sie diese Schleife durchlaufen. Sie könnten natürlich sagen, wenn das I nicht manipuliert wird im Rumpf, dann erkenne ich hier damit, dass im Prinzip B minus A mal das hier ausgeführt wird. Aber ansonsten, also B minus A mal plus 1 genauer gesagt, aber da es möglich ist in Java oder auch in C, C++, dass das I hier unten auch nochmal eine Zuweisung erfährt, gilt das halt generell nicht. Aber nehmen wir mal an, für einen Augenblick, in einer Vorschleife ist es echt verboten, dass Sie an der Schleifenvariante rumfummeln. Wie gesagt, in Java ist es nicht verboten, aber in anderen Programmiersprachen ist es so, dann hat die Vorschleife einen riesengroßen Vorteil. Sie wissen nämlich, wenn Sie sich die angucken, wie oft die Schleife durchlaufen wird. Das wissen Sie weder bei der Du- noch bei der Weil-Schleife sonst. Es sei denn, Sie können es halt umschreiben wie dann eine Vorschleife, wo Sie es halt wissen. Aber im generellen Fall, bei Weil- und bei Du-Weil-Schleifen kann es Schleifen geben, wo nicht klar ist, eigentlich, wenn ich den Schleifenkopf sehe, wie häufig werden sie ausgeführt. Sie müssen halt iteriert werden und hoffentlich hören Sie mal auf. Bei Vorschleifen ist das klar. Sowas früher halt. Und damit ist es so, dieses Problem der Nichtentscheidbarkeit des Halteproblems bekommen Sie immer erst in Programmiersprachen die echte Weil-Schleifen haben. Wenn Sie eine Programmiersprache haben, die eine Vorschleife hat, und zwar eine ursprünglich richtige, wo Sie nicht rumfummeln in der Schleifenvariable, im Rumpf, dann ist klar, dieses Programm ist prüfbar darauf, ob es terminiert oder nicht. Weil Sie wissen eben, bevor Sie in die Vorschleife reingehen, wie häufig wird die ausgeführt. Und dann steht da halt die Zahl, irgendein Integer, 17 Mal, und dann können Sie sich vorstellen, eigentlich ist das dieser Code nichts anderes als 17 Mal untereinander kopiert, immer mit der Schrittanweisung dazwischen. Und dann ist klar, wenn das eine Sequenz ist, ohne Schleife, und wie gesagt, jede eigentliche Vorschleife ist eine Sequenz, können Sie ja ausrollen in eine Sequenz, es ist nur eine kürzere Schreibweise dafür, dann ist auch klar, dass das Programm hält. Weil es ist klar, wenn es eine Sequenz von Anweisungen gibt, fange ich oben an, bin ich unten fertig, gibt es gar keinen Grund, warum das Programm nicht halten sollte. Wie gesagt, Grund des Übels sind immer diese echten Weil- oder echten Du-Weil-Schleifen, die eben nicht konvertierbar sind in Vorschleifen, bei denen eben nicht klar ist, wie häufig werde ich die Schleife durchlaufen. Wie gesagt, dieser historische Unterschied zwischen Vorschleifen, ich weiß, wie oft ich durchgehe, Weilschleifen, ich weiß es möglicherweise nicht, der hat sich, weil man das in C wahrscheinlich gar nicht so richtig verstanden hatte, dummerweise halb falsch ausgeprägt in den Programmiersprachen und heute, wie gesagt, können Sie im Prinzip jede Weil-Schleife in der Vorschleife umbauen, das ist nur eine bequemere Schreibweise, aber Sie sollten trotzdem programmieren, immer im Hinterkopf haben, weiß ich, wie oft meine Schleife ausgeführt wird, dann ja, haben Sie ein super Gefühl im Bauch, wenn nein, sollten Sie mal ein bisschen darüber nachdenken, kann ich denn beweisen, dass diese Schleife wirklich mal terminiert. Wie sieht das im Kontrollfluss aus? Eigentlich genauso wie unsere Weil-Schleife. Wir haben einen Start, dann die Initialisierung, dann prüfen wir die Bedingungen vor der Anweisung ab, wenn es false ist, springe ich gleich raus, wenn true ist, füge ich die Anweisung aus und dann auch meine Schrittanweisung und springe dann wieder nach oben. Dann machen wir weiter noch mit einer Anweisung, das ist die Break. Anweisung, Break ist uns ja schon begegnet, eben beim Switch, Break hieß, bitte spring aus diesem logischen Block raus, das war der Switch-Block gewesen und mach danach weiter und genau dieselbe Bedeutung hat es eigentlich auch in der Schleife. Heißt, bitte spring aus diesem logischen Block raus. Der logische Block ist hier dann die umfassende Schleife. Können Sie sich hier vorstellen, wir möchten eine Summe von Zahlen, die wir eintippen, aufsummieren und wenn aber eine Null eingegeben wird, dann wollen wir aufhören mit dem Aufsortieren. Und da soll ja die Summe ausgegeben werden und da können wir sagen, okay, ich bin jetzt in der Schleife, Achtung, weil true, Endlosschleife, die würde immer iterieren, weil true natürlich immer true ist. Das heißt also, wenn ihr sowas seht, weil true, da könnt ihr mal nachgucken, wo steht denn hier das Break? Wenn das Break vergessen wurde, dann ziemlich blöd, dann hängt das sich natürlich auf. Hier steht das Prinzip drin, wenn i gleich gleich Null ist, also sprich, wenn hier Null eingegeben wurde, dann Break. Break aus springen aus dem logischen Block, der dich umgibt, Achtung, der das if umgibt, nicht das Break, raus. Das ist dieser logische Block, der durch diese geschweiften Klammern angegeben wird und dann bin ich also beim System Printline, dass die Summe ausgegeben wird hier. Warum habe ich jetzt gesagt, logische Block vom if und nicht vom Break? Naja, das würde hier, wenn der logische Block vom Break gemeint würde, das ist der hier. Da rausspringen macht keinen Sinn, weil nach dem Break bin ich da eh draußen. Also damit das Break eine Wirkung haben, kann man immer gesagt, ein zweiter umgebende logische Block gemeint sein. Das ist hier der Fall, dann bin ich also hier. Wenn das if i nicht Null ist, dann überspringe ich das Break, ich führe das also nicht aus und dann summiere ich hier halt munter weiter. Grundsätzlich gilt als Stil, bitte, 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 das Break nur sparsam einsetzen. Weil es, wenn Sie eine Schleife haben, wo ganz tief verschachtelt viele Breaks auftauchen, ist Ihnen vielleicht auch erstmal wieder nicht auf den ersten Blick klar, wann hört eigentlich diese Schleife auf. Weil es eine sehr komplexe, logische Folge sein kann von Bedingungen, die wahr sein müssen, dass so ein Break ausgeführt wird. Und das ist halt sehr schwer dann noch nachvollziehbar für den nächsten Menschen, der das lesen muss. In Klammern, das könnten Sie selber sein, nach ein paar Monaten. Wird diese Schleife wirklich terminiert? Ich meine, hier ist es einfach, Sie sehen hier while true, dann sehen Sie hier einen Break und Sie verstehen auch sofort, wann das der Fall ist. Das ist okay sowas. Aber wie gesagt, eigentlich immer überlegen, selten verwenden. Wann macht es Sinn, das Break verwenden und wozu ist das gut? Es ist meistens dann gut, wenn mitten im Schleifenrumpf die Ausführung der Schleife beendet werden muss. Und mit do while oder while Schleifen haben Sie immer die Möglichkeit, nur vor den Anweisungen im Schleifenrumpf zu prüfen, ob man aufhören will mit der Schleife oder am Ende bei do while. Aber Sie haben nie in der Mitte die Chance. Und damit Sie aber in der Mitte auch nachprüfen können, will ich eigentlich noch länger in der Schleife bleiben, gibt es eben dieses Break. Und wenn es auch tatsächlich sehr der Fall ist, ist es so, ich weiß eigentlich nur in der Mitte jetzt hier tatsächlich, ob ich weitermachen will oder nicht. Also habe ich hier das Break mal verwendet. So, jetzt gibt es noch ein Pendant zur Break-Anweisung. Das ist die Continue-Anweisung. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil. Break sagt, bitte spring raus aus diesem logischen Block drumherum und Continue sagt, nein, führe ihn nochmal aus. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier eine Schleife, die soll die Zahl der Einsen in einer Eingabe zählen. Auch hier wieder, ich habe eine I, eine Laufvariable, also die Variable, wo das eingegeben wird. Ich habe die Numbavance, das ist die Zählvariable, die zählt meine Einsen. Und in einer Endlosschleife frage ich jetzt nach I. Wenn das I gleich Null ist, höre ich auf. Wenn das I ungleich Eins ist, dann springe ich sofort wieder hier nach oben, Anfang des Schleifenrumpfes, das heißt, ich führe das hier gar nicht aus. Und wenn das aber Eins ist, dann habe ich eine Eins, die ich zählen will, dann erhöhe ich Number of Ones um Eins. Und geht dann natürlich auch wieder nach oben und fragt nach der nächsten Zahl. Und dann, wenn ich hier das Break mache, also wenn ich die Null eingebe, habe ich gezählt, wie oft hatte der Benutzer hier eine Eins eingegeben. So, fassen wir gerade zusammen. Was wir gemacht haben heute, wir haben Ausdrücke und Anweisungen besprochen, Ausdrücke berechnen einen Wert, Anweisungen ändern den Zustand eines Programms, das war so der große Unterschied. Wir hatten zwar auch Mischformen kennengelernt, gleich, Inkrementoperatoren und so weiter. Dann gibt es, also die Vorlesung ist noch nicht zu Ende. Gibt es Kontrollflussanweisungen, IF, SWITCH, wir haben kaskadierendes IF kennengelernt, wir haben über Schleifen gesprochen, while, do, while, for, wir haben auch gesagt, in Java ist es leider nicht ganz konsistent durchgezogen, das for ist eigentlich ein verkapptes while, aber historisch ist der Hintergrund, der, vor Schleifen weiß man am Anfang, wie oft man sie durchläuft, bei while und Topstetten nicht. Und wir haben Break und Continue kennengelernt, wo man mitten im Schleifenrumpf entscheiden kann, springe ich raus aus dem Schleifenrumpf, bei Break oder bei Continue wiederhole ich. Vielen Dank. Und dann in der nächsten Vorlesung, nächste Woche lernen wir was dann über Konstruktoren. Danke. Danke. Vielen Dank.